Oberbayerns. Das Publikum kann man sich leider nicht aussuchen. Der Laden könnte etwas sauberer sein. Oder man hat das Motto, wo es klebt, da lass dich nieder. Wir wurden nicht reingelassen, weil ein Freund sich am Fuß verletzt hatte und der Security sagte einfach, dass Verletzte hier nichts zu suchen haben. Der eine Stern ist noch zu viel. Bei einem Liter Bier soll man wohl ein Schert bekommen. Als ein Kollege danach fragte, hat der Barkeeper, ja, ein Angestellter, ihm eine reingehauen und seine Verzehrkarte aus Frust voll gestempelt. Der angekündigte Live-Auftritt hat auch nicht stattgefunden. Bitte setzt keinen Fuß in diesen Laden. Geht lieber zum Bierkönig oder Megapark. Waren zwar nur 10 Mint da, weil wir uns im Delirium befanden, dennoch lief der Zug hat keine Bremse. Klare 10-10.